So, was geht denn ab bei euch? Grüßt euch erstmal. Die Sonne verkriecht sich auch gerade langsam wieder. Die muss noch ein bisschen sinken, so ein bisschen ganz tief runter und dann ist sie auch weg. Ich wollte nur sagen, dass morgen natürlich das 250-Sub-Special entsteht, aka der Drunken Stream Again. Der letzte kommt einem eigentlich so vor, als wäre es gestern gewesen. Jedoch ist der letzte ja schon eine ganze Weile her. Irgendwie einen Monat oder anderthalb oder zwei oder so, irgendwie sowas. Ja, ich habe natürlich hier einen Kühlschrank voll mit Milch. Mensch, Milch habe ich viel. Hier habe ich noch so einen Lippen und dann natürlich Sarges. Und Teuer und Belz, der war echt mega teuer. Der Laden hier ist einfach teuer. Der Alkohol, der hat nur eine Flasche da stehen. Diese Flasche hatten sie da stehen und der war natürlich mega teuer. Und, also hier seht ihr den Greenscreen mal eben. Da steht der rum. Und das Bett habe ich natürlich aufgebaut. Es gab jetzt kein Dings. Bettaufbaustream oder so. Das Klappbett ist auch schon weg. Und da ist es. Da steht es. Ich muss jetzt noch einen Bezug holen hier. Für die Matratze. Laten. Und am besten zwei ordentliche Kissen, weil momentan habe ich eigentlich nur als Kissen so eine Rolle hier. Und. Nach einer Weile habe ich dann. Also. Ist nicht mehr so rollig. Auf der Rolle zu liegen. Und wisst du, was halt mega Schnickschnack ist, Alter? Das hier. Das ist übelster Schnickschnack. Guckt mal da aufs Bett. Ich weiß nicht, ob ihr das dann sehen könnt. Hier. Ne. Warte, machen wir mal on. Oh ja. Ne. Scheiße. Wer braucht sowas. Dann haben wir hier die Option. Wir können halt rot, ne. Einschalten. Und dann können wir hier auf orange. Ein bisschen orange gehen. Dann können wir auf ein anderes rot gehen. Noch ein anderes orange hier. Und dann auch auf gelb. Ja. Und dann haben wir hier Grüntöne. Grün. Anderes Grün. So ein Grün. So ein Grün. Und so ein Grün. Hast du dich schon geändert, du scheiß Grün. Dann auf Blau. Ne. Und dann so ein Blau. So ein Blau. Lila. Und Pink. Alles, was wir wollen. Dann können wir hier flashen. Hä? Dann können wir hier stroben. Stroben? Strobe. Ja. So an, aus. An, aus. Ha. Dann haben wir Fade. Oh. Oh. Da ist es wieder. Und Smooth. Ja. Das, was ich eben anhatte. Und W ist. Einfach still. Leuchten. Dann können wir das auch höher. Heller machen. Und wir können das ein bisschen runterdrücken. Bis fast aus. Ha. Und wir können es auch ausmachen. Aus. 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 So. Funktioniert einwandfrei. Ne. Aber ich habe mich vorhin mal aufs Bett gelegt. Ey. Meine Fresse. Im Gegensatz zu diesem Klappscheiß, den ich hier sitzen hatte. Übelst geil. Geil. Also langsam sieht das hier sogar aus wie ein Zimmer, was bewohnbar ist. Da haben wir da jetzt. Hier habe ich da noch. Habe ich mir schon mal Socken, Shirt und Unterhose rausgelegt für morgen. Und kurze Hose und so. Weiß ich gar nicht warum, Alter. Naja. Und äh. Ja. Mehr wollte ich eigentlich nicht sagen. Hier habe ich jetzt auch meine Socken drin verstaut. Ha. Geil, wa? So. Mehr wollte ich eigentlich nicht sagen. Morgen 18 Uhr Drunken Stream. Ich hoffe ihr seid dabei. Ich habe vorhin mal auf die Subs geguckt, ne. Ich war einfach mal interessiert, wie viele laufen wohl heute am freien Tag wieder ab. Gucke ich. Gestern haben wir aufgehört. Stream mit 257 Subs. Heute gucke ich rein. 244. Also. Aber wir machen es trotzdem, ne. Das war mir eigentlich schon klar. Weil zum Beispiel die letzten zwei Streams haben glaube ich insgesamt 40 oder mehr Leute subscribed, ne. Was unglaublich ist. Nochmal dazu. Ich danke euch, man. Euer Support ist mega heftig. Nur wegen euch habe ich dieses Bett, ja. Das ist, äh, das ist, das ist einfach geil, ey. Und, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Achso, ja. Und dann zum Beispiel nächsten Monat, ne. Zum 9., 10., 8., so in dem Dreh werden dann natürlich auch wieder 40 Subs auslaufen, wenn die nicht weitermachen, ne. So in dem Sinne. Und das passiert einfach die ganze Zeit. Aber das habe ich ja schon häufig erklärt, ne. Leute, ich wünsche euch was. Habt noch einen schönen Abend. Ich werde jetzt zum Beispiel noch Diablo 3 suchten, glaube ich. Ich habe jetzt ein bisschen, so ein bisschen, noch ein bisschen. Weil ich habe eigentlich alles getan. Ich habe Sport gemacht. Ich habe gekocht. Habe ich gar nicht. Mache ich vielleicht später noch. Mal sehen. Ähm, ich habe Sport gemacht. Das habe ich eben gesagt. Sport. Das Bett aufgebaut. Das war ja eigentlich heute Ziel des Tages, ne. Eingekauft habe ich und, ja, das wärs eigentlich, Leute. Ich wünsche euch dann noch was. Abwaschen muss ich ein bisschen. Gut. Haut rein, Leute. Wir sehen uns morgen 18 Uhr. Bis demnächst. Und habt noch viel Spaß und einen schönen Tag, ne. Jetzt mal. Haut rein. Ach ja. Wir haben... Ah, stopp. Ich habe noch ein neues Sublimode, haben wir gemacht. Affe. Wow. Ja. Wir haben jetzt 9 von 8 Smileys. Weil bei 250 dürfen wir ja 2 mehr. Und da wir unter 250 wieder sind, haben wir jetzt 9 von 8 Smileys. Aber was soll's. Wow. Ich hoffe, dass das jetzt bald freigeschaltet wird. Gut. Wir sehen uns dann morgen wieder. Haut rein. Und... Ja. Bis morgen, ne.